Man könnte meinen, du fühlst dich verfolgt. Wie komm ich denn darauf? Du checkst. Die ganze Zeit verdrehst du deinen Kopf, um auch gar nichts zu verpassen. Ach, das ist Berufskrankheit. Ich muss dauernd gucken, was die Leute so anhaben. Zum Beispiel, also ich meine, die Kombination zwischen Farbe und Schmidt ist doch bei diesem Teil total grenzwertig. Aber ich glaube, du hast doch ein besseres Gespür als ich. Weißt du noch, als du New York unbedingt mit mir ins Twenty-Two wolltest, um die Ideen für eine neue Bademoden-Kollektion zu holen? Jetzt hat bloß, dass es keine spitzen Idee war. Naja, es war Ende Oktober. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was du an dem Abend in dem Club gesehen hast, aber deine Entwürfe später, alle Achtung. Web Fantasy. Was? Web Fantasy? Ja, das war meine erste Kollektion für Linie CL. Aber mit dem Namen habe ich nichts zu tun. Ich bin auch ein bisschen beleidigt, dass du mich nicht als Model für die Kampagne gebucht hast. Ja, weil ich kann das gar nicht entscheiden und... Außerdem hatten wir schon jemanden anders. Hallo. Ja, da an Rebecca. Oh, oh. An wen auch immer du gerade denkst. Der Lady scheint deine Bikinis aber auch ganz gut zu stehen. Hm. So sehr ziemlich gut. So schlimm. Schnee von gestern. Was meinst du? Noch so einen? Habt ihr doch gleich gesagt, dass auch andere Mütter extrem schöne Töchter haben. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Oh, das dachte ich mir. Gott, Entschuldigung. Nein, lass. Du schnullst dich noch. Ziemliche Sauerei, was? Olli, bringst du mir bitte einen Lappen und ein Kehrblech? Ich hoffe, du hast nicht zu viel abbekommen. Ach, komm, wir mal. Weg hier, Josy. Würdest du mir nochmal das Gleiche machen für Rebecca und Juliette? Richtig, wir haben heute zusammengearbeitet. Sie ist nett. Und was willst du damit sagen? Nichts. Ich finde einfach, dass ihr gut zusammenpasst. Weißt du was? Es ist mir eigentlich ziemlich egal, was du findest. Und es geht dich zwar nichts an, aber Juliette und ich sind nur gute Freunde. Nicht mehr und nicht weniger. Und genau das können wir beide eben nicht mehr sein. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Ruck dich nicht. Ich habe heute Morgen nur die hier im Studio liegen lassen. Da ich dich hier gesehen habe, alleine und traurig, mit gebeugten Rücken schuftend. Und da konnte ich einfach nicht anders. Ich musste dir Hallo sagen. Es war wie ein Zwang. Du lächelst dir wieder. Und ich habe schon gedacht, ich hätte dich für immer verschreckt. Du doch nicht. Dann stellt sich aber die Frage, wenn nicht ich, wer dann? Die Arbeit. Ich habe in zwei Wochen eine Präsentation und meine Kollektion ist ein Desaster. Du lügst. Wenn deine anderen Teile nur annähernd so gut sind wie das hier, können die nicht der Grund für deine Stimmung sein. Sprich, die Fachfrau. Ein bisschen kenne ich dich ja mittlerweile doch. Jetzt sag schon. Wer ist sie? Welche Kuh hat dein hübsches Herz gebrochen? Niemand. Ach, hör mal auf. Sie hat eine andere. Volltreffer. Sie verschmelt dich wegen irgendeinem dahergelaufenen Mädel. Kein Mädel. Ein Mann. Shit! Was habe ich dir immer gesagt? Finger weg von den Häten. Die machen nur Ärger. Weißt du, was wir zwei jetzt machen? Wir brezeln uns jetzt auf und dann gehen wir heute Abend so richtig tanzen. Was Besseres gibt es gar nicht gegen Liebeskummer. Sorry, aber ich muss wirklich noch was tun. Okay, dann helfe ich dir. Und als erstes ziehe ich nur für dich diesen Traum von Fetzen an, damit du endlich erkennst, was für ein scharfes Teil du da entworfen hast. Wiedersehen. Schönen Feierabend noch. Schönen Abend. Danke. Nicht schlecht, oder? Könntest du mir vielleicht mal mit dem da helfen? Was ist? Ich glaube, so müsste es gehen. Ich bin froh, dass ich diesen Auftrag hier bekommen habe. Ich wollte dich sowieso schon längst mal besuchen. Nachdem du dich ja nicht mehr von mir verabschiedet hast. Ich habe mich fast von niemandem verabschiedet. Das Angebot hier aus Düsseldorf, das kann so plötzlich. Mach kein Problem. Ich weiß doch selbst, wie das ist. Außerdem wusste ich sowieso, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen. Wusstest du das? Wie gesagt, früher oder später hätte ich dich je besucht. Schön, dass du hier so viel Erfolg hast. Das Kostüm, das du für Marlene entworfen hast, das ist der Wahnsinn. Ja. Lass uns nicht schon wieder über Klamotten sprechen. Warum nicht? Ich liebe Klamotten. Und vor allem deine. Nein, obwohl es natürlich auch Situationen gibt, in denen sie nur schlören. Weißt du noch, wie ich dich in New York auf der Arbeit besucht habe? Wir waren in deinem Atelier, in deinem Vorhang. Und es jeden Moment jemand hätte entdecken können. Du hast Peier. Ich werde mit Frau von Anstetten darüber reden, aber ich kann Ihnen nichts versprechen. I can't promise you anything. Ja. Gleich morgen früh. First thing tomorrow. Right. Hi, Sayonara. Harte Nuss, oder? Das kann man wohl sagen. Manchmal muss er wirklich alles geben, um verstanden zu werden. Solange es den Gewünschen Erfolg bringt. Was meinst du? Hoag. Süß. üß. Sorry. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020